Monix, du hast mit der Glocke geschossen Hab ich nicht! Dann war es Matze, der kleine Ja Oh mein, Alter Anziehen zu dir halt Ich entstürzen könnte Neue Map Neue Map Da wo ich bin Ne, die hatten wir schon Die hatten wir schon Ja, das ist die Minecraft Map Bin der Die ist neu Greenwood Die ist neu? Ich glaube nicht Oder? Keine Ahnung, wir können ja mal machen Casino Wenn das Wenn er sagt, das ist neu Und das ist nicht so Was machen wir dann? Mit der Schläge? Mit der Schläge? Okay Das macht der sowieso Am besten, wenn er das ist Na gut, der ist schwierig Voll Monix, wie auffällig ey Also, der liegt da unten Ich wollte Syrien töten eigentlich Und dann Monix Ja komm, schießt du wieder auf Monix Voll, ich hab ja den Traitor umgepflegt Ja Monix ist immer so ein Typ Da weiß ich nicht ob er das ist Voll Monix schießt sich auf Ah, die Stimmt doch was nicht Ja, die haben wir schon 100 Mal gespielt Sag jetzt nichts, das ist die eine Map Okay Doch, ja gut Ja, egal Die ist aber okay, finde ich Ich hab keine Ahnung Was das für eine Map ist Die ist okay Die kennst du Keine Ahnung Wo du befahren werden kannst Und wo die, äh Gullis sind Es gibt doch so ne geile Selber Map Also, schlechter Call, Monix Monix muss leider sterben Wir töten jetzt alle hin Wir töten jetzt alle hin Schlagen jetzt einmal mit der Crowbar Schlagen jetzt einmal mit der Crowbar Schlagen jetzt einmal mit der Crowbar Okay, jeder einmal Jeder einmal Ich bin aber erst da Bitte der Preparing Phase noch Nein 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 Sobald es los geht Nee Ich versammel uns jetzt alle um wieder rum Und dann schlagen wir einmal mit der Crowbar Träglich muss ich nicht tun Im Stich Ja Okay, wartet aber bis ich meine Giat-Bombe hab, ja? Nee, 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 nee Genau, der kloppt nie, nur bevor der das Ding Kann Krümelbombe Gott, nein Gibt's genug? Gibt's genug? Ja, gibt's Ja, die gibt's noch Okay Toll, ich dachte, die ist die Monix Und die, das ist Dome, alter Ich nehm noch nicht meine eigene Bombe raus So, Monix, wo bist du? Ey, Dome Ich such ihn grad auf Ich wollte ihn grad auf dich schlagen, weil ich noch ne Karte gesehen hab Ich schläge ihn auf dich schlagen, theoretisch Morping? Ja, ich such ihn auch Ja, ich hab nur erwähnt, dass du das bei mir Das du bei mir bist Hier ist dein Haus Hier ist dein Haus Hier ist dein Haus Oh, das ist nur Matze Hä? Egal, können wir Matze auch noch nehmen, oder? Wollen wir Matze? Nein Nein, 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 nein Okay, dann müssen wir pinken PING, komm her Nee, wie in dem Monix PING, wo bist du? Äh, Monix meinte ich, Mann Ja, danke Ich weiß nicht, wie du PING fixiert Warum? Ich? Sadek Nee, Sadek ist da Gefunden ist, oh shit Ich hab ein Gully, Gully, Gully Das ist Sadek Da ist er noch Hey Da ist er noch Wo? Der Töte mich jetzt Der Töte mich jetzt Der Töte mich jetzt Der ist jetzt wieder im Gully Im Wasser Im Gully Der im Wasser Der wie als nächstes vorgestirbt Ja, ich bin Mundgully 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 Im Maulgully Mornex, ich muss Mornex, tut mir leid, aber ich muss auf jeden Fall einmal schlagen Nö Nö Doch Du wolltest als erste Wasser, du schenkst verpasst Kriegen wir mich töten Jeder will ja schlagen Ey, Mimmi Ja Was? Erzählst du solche Lügen? Tue ich gar nicht Ich hab mir auch nichts gefunden Ich hab mir auch nichts gefunden Er ist beim Haus Beim Haus mit Michael Gully Du würdest sagen, Mimmi ist es Ja, Mimmi ist es Ja, Mimmi ist es Nein, ich bin's nicht Ja, tötet mich ruhig Ich bin es nicht Sadek! Dome! Wie viel lehm hast du noch mal nix, ne? Hm? Der kann verfilmt Dome, du kleiner Sack Ey, Dome Ich hab ein bisschen hauen kommen Ich hab... Ja, was gehört? Dome ist voll der Arsch Der hat auf mich geschossen Nächste Leute 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 Guck mal Nächste Leute Nächste人 In unseren Topern Ja Nächste Leute Ich hab grad Tu es, sonst stirbst du! Tu es nicht, sonst stirbst du! Nein! Ich schaffe in jedem Fall, ich stirbte! Warte, schlag, zeig Eier, zeig Eier, komm! Ich hab ihn auch einmal geschlagen! Ping will, dass du dein Eier zeigst! Okay, er hat ihn tatsächlich gemacht. Wie hat er den Schotten? Der Schotten! Der Schotten verrät, wo er steht! Warte, komm, durch die... Ne, schade. Oh, nichts ist es aufgeben! Kuckuck! Die der Schottensichter-Belly-Kart! Hä, war denn denn Boogie gestorben? Alter, der Schatten verrät ihn! Wo seid ihr denn? Glashaus, Glashaus! Oh, halt die im Augen, ich schulde ins, der Wey! Ich kann doch immer das Glas aufsitzen! Okay, hat's geregelt! Ich hatte noch den Dead Ringer an! Ah, geil! Sag mal, hast du ihn jetzt gehauen, Matze, oder dein? Nein, hat er nicht, ich hab' ich erschossen! Och, Mann, Matze, du nutzt so ein Stück! Das heißt, ich hab' bei Matze jetzt einen frei! Ah, so! Aber... ...hätt' ich mich vorne geschlagen! Du hast mich nicht geschickt! Du hast den Schatten gesehen! Du hast den Schatten gesehen! Ich hab' dich erschossen, das war ja ein Schlager-Dot! Also, schmerzt du sonst noch tot! Das ist egal! Vor allem, wie du den Schatten gesehen hast, wie er sich bewegt! Alter, das ist irgendwie irgendwie auf der Map, aber das ist egal! Danke für die Shotgun, Shadek! Du bist so ein Arsch! Gib mir die Schotti zurück! Oder du stirbst! Gib mir die Schotti! So! Nee! Gib mir die Schotti! Du hast ihn mir geklaut! Nein! Du hast ihn mir gegeben mit deinem Magneto-Stick! Ich hab' mich genau gesehen! Ey! Geh' dich! Geh' dich! So! Geballert! 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 Hallo! Krümel! Krümel! Das ging mir daneben, Krümel! Krümel! Krümel hat nicht mal viel Leben! Yo! Krümel! Ja, dann machst du! Ich hol' sie gerade! Nee! Die springt... Die springt bei dir! Die springt raus! Das bin ich! Sie ist am Garten! Ich hab' 55 AP! Ich weiß nicht wie! Aber Dome! Domi! Domi! Eine Sache! Du musst der Andere sein! Woll' ich grad' sagen! Und... Matze! Glashaus! Schnell! Das ist nicht nett, Dome! War knapp? Oder... Na, geht! War von... Ja, war von weit weg! Genau! Gegenüber! Um die 20 Zentimeter... Wer hat aber passt eigentlich! Oh, Mann! Ey! Aber hätte ihr passt, wenn ich weiterverlust? Mann! Hab' ich keine Lust mehr! Nü! Ne, das war auch nicht richtig! War im Haus! Nicht außerhalb des Hauses! Spiele ein Smoke-Nie! Matze, lebst du noch? Bitte sag ja! Naja, Ping! Das ist vorbei! Boah! Matze! Was tut das? Matze! Was tut das? Matze! Was tut das? Ja, ey! Ja, was tut das? Warum schießt so oft? Warum schießt so oft? Wie die Rakete! Natürlich! Einmal hab ich die auf dich geschossen! Ja, die ist schön an mir vorbeigerauscht! Macht nix! Jetzt hast du auch keinen Vorwurf gemacht! Du musstest ja den Schein wahren! Ja! Ja! Ich hab' aus demnig einmal mit dem Schwertekollegen einfach dran geschossen! Das war auch nicht das erste Mal! Trotzdem hab' ich Minuspunkte! Ist doch schonmal dein Schwertekollegen mit der Taube getötet! Ich erinner' an letztes Mal! Das hab' ich geschrieben! Ja! Auf wie viel Life hab' ich dich runter geschossen? Elf! 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 Klinisch war es nicht schon tot! Sie ist doch dauerklinisch tot! Nur weil du dazwischen gepunkt hast! Hat der mich so ne! Egal! Womit! Geil, was? Ja! Und wieder Trader! Ja, ge- Pah! Okay, so mal abknallen! Was? Okay! Eiii! Jaiiii! Du bist nicht auf mich! Duuuhm! 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 Ja, das kann man nicht passieren! Ja, ey! Duuuhm! Duuuhm! Nein! Das war nicht! Das war nicht so gut! Mensch, Mann! Ja, das war nicht so gemein! Mensch, Mann! Jetzt stand mir in Ruhe! Ja, ist doch nicht geil! Duuuhm! Ja, ich war es! Ich bin's nicht! So ein richtiges Opfer! Ja, das ist in Ruhe! Alter, ich komme versteckt! Duuuhm! 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 Ich versteck mich! Ich versteck mich! Ja, doch! Duuuhm! Ja, pass auf! Ich stand dort ganz gechillt! Und wenn man merkt, ich schüsse links neben mir! Hm, was ist das? Und wenn man siehst, dass... Duuuhm! Ich bin so ne Potato! Pfff! Pfff! Hm! Echt? Jetzt? Lass dich von Yata töten? Boah, Alter! Boah, Alter! Boah! Das, Schatzi, was eingekettet ist im Prinzip. Jaaa? Warum liegt da ne Leiche... Dome, isses! Töte ihn, Junge! Wo liegt da ne Leiche? Nein! Die liegt nur Blut! Ja! Ich sehe aber auch keinen... Du hast mir ne Leiche im See? Die hab ich nicht gesehen! Ja, da passiert, Dirk, kann man nicht... Schatzi, du musst dir das alle holen! Jaaa! Außerdem bist du tot, da ruhig! Das ist Schmatze! Töte Dome, verflugte Scheisse! Ja, wo ist er? Ja, was weiß ich! Was? Ich höre jemanden! Oh! Puh! Raus hier! Wo bist du? Wo bist du? Ping! Er ist ein Paus! Dome, ich hab dich gesehen! Der ist oben! Hi! Verschwinde! Ich muss raus, ich muss raus, ich muss raus! Hi! Ping! Kesselt ihn ein! Was hat er denn? Ich hab ne Auge und der hat nen Schrot! Komm her! Da vom Haus! Ja, da! Wo bist du? Massade! Hi! Jawoll! Hey! 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 Du bist doch nutzlos! Ey, Dome hat auf mich geschossen! Nein, ich habe ihn einmal angeschossen, er war am Leben und dann habe ich ihn klappgemacht. Ja, du hast Dead Ringer. Nee, dein Maul spinnt hinter dir. Hör auf! Dead Ringer, du bist so ein Lügenpoll. Ich weck dir Löwe auf, bitte Sören. Lügen wollt, komm raus. Hab Krümel getötet. Auf Sören. Mordix lebt noch, Junge. Hör auf. Mordix lebt noch. Ihr fängt Geld an zu heu, warum? Warum hast du so falsch? Na fuck. Was? Mimmi spielt das so schön ein, Mimmi spielt das so schön ein und ich tue so, dass ich ein Trader bin und ihm noch besonders. 1HP, Junge. Los, Mordix. Schütt ihn! Oh, nee, ey. Ich hatte einen. Aber nice. Ich habe Sadek überhaupt nicht getroffen, ich habe ihn noch in die Richtung geschossen. Äh, was geht hier ab? Aber gut zu wissen. Caro, wie lange lädst du noch, bitte schon? Tja. Ich bin überhaupt noch da? Achso. Geh mal auf dem Spiel raus und lad nochmal neu. Hast du, bist halb gestorben? Ja, ich habe das Spiel jetzt angemacht, damit das lädt, weil Steam zeigt sie nichts an. Ja, der muss noch mal Steam neu starten. Du weißt, wie oft ich Steam schon neu gestartet habe. Und dann steht da immer Gary Smart Workshop in Halt 0 von 0 Bytes und dann mache ich hier schnelles De-Abonnieren und Abonnieren und dann dauert das wieder so ewig. Aber wie kam der bitte schön, dass ich hier es war? Ja, einfach wenn du gesagt hast, du bist schon wieder Traitor. Ja, wow. Ja, gut. Bei dir ist es nur so, ne, je nachdem. Ja, genau. Das kam jetzt das erste Mal, wäre das zweite Mal gekommen und dann wirst du dir so gesagt, hm, nee. Aber ich habe dich nicht, aber ich habe dich nicht getötet. Also. Da ist mir gestorben. Da ist mir gestorben. Die Frage ist, wo? Ja, das ist okay. Okay, lass ihn einfach schnell tot sein. Ich habe es gehört, wo. Er war im Haus neben der Baustein. Hallo, Sadek! Rechts neben der Baustein. Hi. Dann gehe ich mal gucken. Aber was wird jetzt Hunger? Bist du Bescheid? Nein, ich kann es doch gehen. Sadek schieß! Äh, leicht wieder gefunden. Ich würde sagen, vier gewinnt, ne? Fünf gewinnt. Und so viel haben wir leider nicht. Dann... Ping gewinnt. Nee, Ping scheitert. Hast du gerade eine Tür geöffnet? Nö. Aber du vielleicht. Nein! Kann das sein, dass du in einer Kanalisation vielleicht bist? Nein! Nein! Oh! Ahaha! Das schwirrt der Krümel! Jawohl! Baby! Sadek, ist doch klar, dass du gewinnst. Ich muss ja warten, bis du schießt. Zumindest wenn ich den Verdacht habe. Ich mach No-Scope-Kills, ja? Ja und? Trotzdem muss ich ja warten, bis du jemanden, ne? Richtig. Ich kann ja nicht einfach so rumschießen. Der Traitor hat immer den First Shot im Endeffekt. Ist doch klar. Ich muss ja warten, bis du irgendwie eine Traitor-Waffe holst oder was auch immer. Ja, ich hatte ne AWP in der Hand. Ja, wow! Okay, du bist Traitor. Wegen AWP. Nee, weil du Waffe wechselst. Nee, du kannst nicht feststellen, ob jemand Traitor ist anhand der Waffe. Wow. Wiesste, ich wollte eigentlich mit der TF2-Waffe rumlaufen. Die geht, du bist Traitor. Die geht. Du hast ne Shotgun, du bist Traitor. Du hast AWP, du bist Traitor. Hau ab, Matze! Hallo! Ja! Zum Glück ist was explosiert, bevor die Runde angeht. Geh Wäsche waschen! Du bist Traitor. Geh weg. Du Traitor waschen ihre Wäsche. Ich möchte auch Wäsche waschen. Die müssen das Wäsche rauswaschen. Hier, hier, hier. Wo? Du musst erst mal ne Waffe haben. Hier, hier. Ich hab auch noch keine. Geh weg. Geh weg. Kann man die Waschmaschine mitnehmen? Nee, geh nicht. Die Waschmaschine mitnehmen? Ja, in dem Sinne... Was geht mit dem Jungen ab? Ahhhh, ist es. Domi, ist es. Nee. 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 I didn't believe it. Äh... Jörin? Jörin? Was? Ich bin ja passiert. Jörin? Jörin? Flasch! Uah! Was? Ich suche Domi! Ich suche Domi! Jetzt ne! Leck mich dann, der Grasch ist da. Ich bin Straitor. Wo? Ja, bei dir! Ich bin mir verarschen, nicht ne Leiche! Wo? Mr. Trigger Happy! Sag mal, Yata, willst du mich jetzt hier grad verarschen? Nee! Will ich... Nee! Da liegt keine Leiche! Ja, okay, da hab ich mich verguckt. Tut mir leid. Du bist ne Leiche! Was? Willst du mich töten? Oh... Ist gut, ich weiß, wir den Waffen schon so weg. Ich ergebe mich. Mornex lebt übrigens noch, ne? Ja, kann sein. Nee, ich hab ihn grad gesehen. Der ist in ein Haus gelaufen. Oh! Ich hab ihr gehört. Das könnte Mornex sein. Das ist OG. Wer ist bei nem Haus mit nem Auto? Wenn keiner redet, ne? Hau mich ab! Mimi, was machst du? Machst du es dir selbst erst grad, oder was? Geht's dir was? Geht's dir was? Da kann man voll durch, ey! Wann ist hier los? Wie bitte, was? Yata? Sören! Nein! Sören, du bleibst da, ich bleib hier! Warte mal, ich muss mal kurz was nachgucken hier. Ihr könnt's ja gerne machen. Ist Mornex wieder da an der gleichen Stelle, wo man den Schatten sieht? Ja, ist er! Der Dringer benutzt! Er ist hier irgendwo. Nee, das war zu weit weg von dir. Das war zu weit weg von dir. Bei mir warst du gerade an dir. Hallo Mornex! Oh! Da ist er! Da liegt eine Leiche! Oh, ich musste mich am Anfang umbringen. Ich hatte keine Waffe, ich hatte eine Waffe und einen Lemonade. Wir wollten die Wäsche waschen und dann hab ich mir gedacht, Mimi und ich allein, in der Waschmaschine. In der Waschmaschine, sag ich schon. Ah, genau! Wo die Waschmaschine ist, musste ich sie wegbummerangen und dann hat das nicht so geklappt. Hm, ich muss sie auch wegbummerangen, du! Auf der Waschmaschine. Aber lief doch gut! Lief doch gut, Tomi! Eino, du hast eine Kugel nicht getroffen, ne? Keine Kugel. Nein. Da hast du nichts drin. Aber lief doch gut die Runde trotzdem. Das war so richtig arm. Einmal ein Meter und sie hat mich nicht getroffen. Einmal ein Meter? Ja, einmal ein Meter. Das war der Raum. Ungefähr. Was? Okay, Ping ist es. Du hast dich selbst getötetet. Sag mal Matze, ist das dein scheiß Ernst? Ey, wieso schießt du auf mich, du auf der Brust? Lass das! Was denn? Ich mach mit. Wir messen! Lass das! Wie ist denn da schon wieder C&D-Player raus, ne? Der quer durch die Stadt Ballern! Alter! Okay, auf uns wurde... Ein Ding... Nee, das kam von... Das war nicht von Ping? Nee, das kam aus der anderen Richtung. Au! Von mir ein bisschen gedamaged. Ping, wo bist du? Hey, hey! Zadak! Warum? No Scope, Alter! Okay, darum Zadak. Ich hab Zadak gemacht, hab äh... Sein Baseball-Bett. Ping, lebst du noch? Ping, komm! Mmh. Moin X? Ja! Du hast Zadak erlegt? Ich hab Zadak erlegt, ja. Dass wir dir das hier sehen... Ach, hast du wiederbelebt, ja. Ich frag ja noch. Mimi? Ping? Okay, die lachen. Also, Mornex passt auch bei dir. Oh, so bist du's. Nein! Doch, natürlich. Ping ist abgehauen und auf einmal ist er tot. Bisschen komisch. Ja, auf einmal. Ich hab ihn gehört. Der erlacht die ganze Zeit. Ich sag dir nicht nur Krümel, es ist nur Küngel. Hrrr. Ping springt raus. Redet noch, nach dem Auf einmal ist er tot. Angeblich doch. Wir haben das. Alter, NoScope kam der gerade um die Ecke. Ich hab ihn NoScope weggeschossen. Alter, geil. Aber ich hab mir gedacht, ich mach den Raum auf. Auf einmal Mornex irgendwie im Raum in der Ecke drin. Da hab ich mir gedacht, so. Alter, das ist so. Wie, die zwei Leute entscheiden über die Maps? Ja, warte, ich mach auch noch weg. Ich muss gucken, welche ich nehmen. Hier kommt die große Map. Toy Soldiers. Och, Mann. Nee, Blockfort. Alter Mimi, hackst du hier? Ja.